Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News. Ich bin Alexander, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Los geht's. Als erstes macht eine kleine Meldung seitens der IOTA MPC Bridge. Anfang Oktober kam es nämlich zu einem kurzen Ausfall der Bridge, da es kein Gas mehr beim Validieren gab. Das sollte eigentlich nicht passieren und wurde schnell behoben. Dabei ist zu vermerken, dass es an dem Tag über 2000 Transaktionen verarbeitet wurden. Ebenfalls Anfang Oktober veröffentlichte IOTA ein Video zu ihrer IOTA 2.0 Serie, welches diesmal die digitale Autonomie behandelte. Dieses Video wird zeitnah auf Deutsch übersetzt. Als nächstes folgte ein Blogbeitrag über das schon veröffentlichte Stardust Upgrade. Dieses Upgrade führt ein Tokenisierungsframework ein und ermöglicht es, L2 Smart Contract Ketten daran zu verankern. Es wird auch eine Abspaltung, Fork, des früheren IOTA-Netzwerks geben, die zu zwei Versionen führt. IOTA auf Basis des Stardust Protokolls mit erhöhtem Angebot und IOTA Classic, basierend auf dem Stardust Protokoll aber mit dem alten Angebot. Benutzer, die zuvor für Assembly Token gestarkt haben, erhalten einen Airdrop, der im Firefly Wallet angezeigt wird. Nach Abschluss des Stardust Upgrades werden etwa 10% des Airdrops sofort verfügbar sein. Der Rest wird über 24 Monate, alle zwei Wochen ausgezahlt. Nutzer müssen keine Aktionen durchführen, um Tokens in das IOTA-Stardust-Netzwerk zu migrieren oder auf die Airdropped-IOTA-Tokens zuzugreifen. BuildFund veröffentlichte einen Artikel über die Build-Economy. Ziel ist es, die globale Akzeptanz von IOTA zu fördern. Der Build-Token, als Governance- und Koordinationsmechanismus konzipiert, wird durch die Web3-Anreize und AP-Gebühren unterstützt. Die Akquisition von Build-Tokens ist durch das Halten oder Staking von Soon-Tokens möglich und es wird keinen ICO geben. Binance hat in einer kurzen Meldung die Unterstützung von IOTA 2.0 bestätigt. Schimmer-EVM wird seit dem 4. Oktober 2023 von Gecko-Terminal unterstützt. Unter geckoterminal.com könnt ihr nun alle Statistiken zur Schimmer-EVM und den einzelnen Anbietern sehen. Am 4. Oktober 2023 gab es dann das große Update zu IOTA 2.0. Suniverse hat in diesem Zuge ebenfalls migriert. Einen Tag später veröffentlichte Shimmer-See ihr Whitepaper on romp.money unterstützt nun IOTA. Damit erschließen wir Länder in Nigeria, Indonesien, Indien, UAE, Türkei und Mexiko. Dazu gab es einen kleinen Blog-Beitrag und ein Video, wie man die IOTA-Token kauft und sie in der Firefly-Wallet deponiert. Nekama Labs testet Oracles von PIDE und ist sehr begeistert. In den Web3-Technologien spielen Oracles eine entscheidende Rolle, indem sie als Brücken zwischen Blockchain-basierten Smart Contracts und realen Datenquellen fungieren. Sie sind besonders wichtig für dezentralisierte Finanzanwendungen, DeFi, da sie genaue Echtzeit-Marktdaten bereitstellen. Oracles gibt es in zwei Hauptformen, Preis-Feeds und Daten-Orakel. Sie ermöglichen es, Smart Contracts auf Marktveränderungen zu reagieren und tragen damit zur Effizienz und Sicherheit im DeFi-Bereich bei. Der Pyth-Network ist ein Beispiel für einen Anbieter von Oracle-Diensten, der rechtlich abgesicherte und schnelle Datenupdates für DeFi-Plattformen bietet. Oracles sind somit unverzichtbar für die Funktionalität und Weiterentwicklung von Web3-Technologien. Auch von der Patentseite gibt es Neuigkeiten. Wanderer fand folgendes Patent von Bank of America. Es wird ein Brückenprotokoll und eine Konvertierungsmaschine benötigt, um die Verbindung zwischen Technologien und ihren unterschiedlichen Ökosystemen herzustellen, sodass Währungen an externe Konten oder digitale Wallets weitergeleitet werden können. IOTA wird wieder nicht als die Lösung erwähnt, sondern eines unter vielen. In der Reihe der IOTA 2.0-Tier-Kampagne kam der nächste Beitrag von IOTA, Data Flow Explained. Der Blogbeitrag erklärt die Funktionsweise von IOTA 2.0 durch seinen Datenfluss. Dieser beschreibt den Prozess, durch den Daten verwendet werden, um das Netzwerk zu konstruieren und weitere Daten zur Verbreitung zu generieren. Das IOTA-Protokoll besteht aus drei Schichten, Netzwerk, Kommunikation und Anwendung. Knoten im Netzwerk tauschen für den Betrieb notwendige Daten aus, während die Kommunikationsschicht Blockverbindungen im Tangle mit Hilfe von Rate Control und Congestion Control verwaltet. Die Anwendungsschicht handhabt Blog-Inhalte und Payloads, um den Zustand des Ledgers zu erhalten und Konsens zu ermöglichen. Der Datenfluss unterteilt die Blogverarbeitung in Komponenten wie Parser, Speicher, Solidifier, Booker, Scheduler und Tippmanager, was eine effiziente und robuste Funktionsweise von IOTA 2.0 sicherstellt, auch unter hoher Auslastung. Dominik hat bei CoinMarketCap ein Interview abgegeben über das neu erschienene 2.0 Upgrade. Das Interview ist auf Englisch und dauert ungefähr eine Stunde. Auch der Report zum dritten Quartal ist als Blogbeitrag erschienen. Im Grunde nichts Neues, wer die Probably Nothing Videos schaut, aber hier nochmal in Kürze. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die IOTA Foundation bedeutende Entwicklungen, darunter die Einführung von Schimmer-EVM und die Vorbereitungen auf das Update des IOTA 2.0-Protokolls. Die Governance-Prozesse von IOTA und Schimmer wurden verbessert und das Assembly-Projekt wurde zugunsten der IOTA-Chains und L1-Smart-Verträge eingestellt. Die Entwicklung von IOTA 2.0 konzentrierte sich auf die Dezentralisierung und Parallelisierung des Protokolls. Es gab Fortschritte in der Forschung, darunter die Smart-Contract-Research und Ledger-Research-Teams, sowie in der Entwicklung neuer Anreizmechanismen und der IOTA-Core-Software. Die Foundation arbeitete auch an der Benutzererfahrung, darunter Firefly IOTA und Firefly Schimmer und der Einführung von IOTA 2.0 mit einer Reihe von Blogposts und Videos. Mit dem Update zu IOTA 2.0 wurde auch die Wiki-Seite überarbeitet. Eine traurige Nachricht kam am 11. Oktober 2023 vor Saar-Mariane Delaroche. Diese verlässt zum Ende des Jahres die IOTA Foundation. Das hat sie selber bekannt gegeben. Wir danken dir alle, dass du IOTA für uns auf so vielen Events repräsentiert hast und wünschen dir alles Gute. Die ETHO-Gruppe nutzt die IOTA, das ist längst bekannt. Nun hat die Green City-Konstanz zwölf stationäre IOT-Wetterstationen bekommen. Ob diese Wetterstationen mit dem Tangle verbunden sind, ist aber aus dem Artikel nicht herauszulesen. Die JeBloom Wallet kann man mittlerweile offiziell nutzen. Am 12. Oktober wurde sie aber offiziell von der IOTA Foundation eingeführt mit einem Blogbeitrag. Bloom, eine benutzerzentrierte Desktop-Wallet mit erstklassiger Sicherheit, wird neue Funktionen wie volle EVM-Unterstützung und DEP, Verbindungen über Wallet Connect, bieten. Es ermöglicht Nutzern Vermögenswerte zwischen Schimmer und Schimmer-IVM nahtlos zu transferieren und wird langfristig das gesamte IOTA-Ökosystem unterstützen. Bloom, das auf der soliden Basis von Firefly aufbaut, zielt darauf ab, das Web3-an-Wallet-Erlebnis zu vereinfachen und weiterzuentwickeln. Das Projekt ist ein bedeutender Schritt für die IOTA Foundation und die Krypto-Gemeinschaft, da es zur Entwicklung von IOTA 2.0 beiträgt und zur gesamten Web-Podertigkeit-Ökosystementwicklung beisteuert. Last but not least der Artikel über Accounts, Tokens, MANA und das Staking für das IOTA 2.0 Update. Das Token-Omics-Modell von IOTA 2.0 ist um zwei Hauptkomponenten herum aufgebaut, Ikashnizimeis IOTA-Token und MANA. Diese Elemente sind über dezentralisierte Konten zugänglich. Die IOTA-Token, die in ihrem Angebot begrenzt sind, um Inflation zu vermeiden, gewähren den Besitzern Stimmrechte. Token-Inhaber können ihre Tokens staken, um das Netzwerk zu validieren oder sie an Validatoren zu delegieren. MANA, das durch das Halten von IOTA-Token erzeugt wird, ermöglicht es, verschiedene Netzwerkaktivitäten ohne Zwischenhändler durchzuführen. Validatoren und Delegatoren werden mit MANA und nicht mit Gebühren belohnt, was die Prinzipien von Fairness und Dezentralisierung im IOTA-Ökosystem stärkt. Das war's mit dieser Folge Probably Nothing. Mittlerweile ist der Preis gestiegen und viele sehen auf einmal eine Entwicklung, doch dass der Preis nichts mit der Entwicklung zu tun hat, ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Danke an alle meine Unterstützer als Kanal, Abonnenten und Patreon. Danke an alle Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.